Let's go! Tja, du es, du es, du es! Oh Gott! Hey Leute! Wann geht's? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielenbekanal. Freunde, wenn ich das Intro mache, sollte keine Geräusche machen. Ach so, ich hab das Geräusche gemacht. Freunde, es reicht jetzt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute Blind Nerf Gun. Ja, Blind Nerf Gun nenne ich das jetzt einfach mal. Erstens, ich hab die Augenbinder über den Augen. Sorry. Und die müssen sich gleich hier im Raum bewegen und müssen dabei Geräusche machen. Wenn ich Staub brille, dürfen die sich nicht mehr von der Position bewegen, aber die dürfen natürlich springen oder ausweichen, wenn ich mit der Nerf Gun beginne zu schießen. Hört sich kompliziert dann. Wir machen die erste Runde. Es geht los. Okay. Okay, bewegt euch. Los! Ja, ihr sollt ein bisschen rumgehen. Ihr dürft auch hierhin kommen irgendwo, ne? Stopp! Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, ich bleib auch stehen. Okay, ich seh dich. Ja, machen wir noch mehr Geräusche, Freunde. Habe ich jemanden getroffen? Habe ich jetzt jemanden getroffen? Hey, wie gut seid ihr? Okay, es geht weiter. Ihr seht euch bewegen. Hey, wie gut sind die? Stopp! Du mit der Glocke. Leute noch mal bitte. Habe ich jemanden? Nein? Wie schlecht bin ich? Immer noch nicht? Okay, weiter. Kannst du jetzt mal was treffen? So, Freunde. Der mit der Glocke, kannst du bitte leiten? Wo bist du? Habe ich den? Ja, endlich! Wo warst du? Respekt! Habe ich aufhört mich zu morgen? Was ist das? Ich sammle mal die Munition rein. Ja, danke. Okay, wir kommen zum Viertelfinale. Let's go, ich mach die Augen. Und ihr könnt dich bewegen. Stopp, stopp, stopp. Okay. Komm, beweg dich mal ein bisschen. Oh! Du darfst dich nicht mehr bewegen. Wo lagst du hin? Ich hatte eine Schmitte. Ich hatte eine Schmitte. Du musst stehen bleiben. Wo lagst du hin? Mach doch nochmal. Komm, erschreck mich nochmal. Komm. Ah, okay, okay, okay. Habe ich sie getroffen? Ja. Habe ich sie getroffen? Okay. Ja. Alter, ich habe mich auch erschrocken. Das ist heftig, wie du gepreift hast. Alles gut. Das haben nur meine Haare. Deine Haare? Ja, Freunde. Ach, deine Haare? Ach, nur die Nase. Egal. Warte, deine Haare? Ja, dann drehe dich doch um oder so. Alles gut. Okay. Freunde, wir kommen zum Finale. Und ich muss sagen... Aber... Oh, mein Oma. Das ist mein Tinnitus, ey. Okay. Let's go. Darf ich mich im Finale aufbewegen? Was sagt ihr? Oder deine Stimme? Felix, kannst du dir doch die Stimme? Ja, ne? Ja. Stopp. Ey, ne, bewegst du nochmal. Sonny, du nochmal. Knapp daneben. Ja? Wir schießen ein bisschen unten. Weiter links oder rechts? Weiter unter. Noch weiter runter. Zu weit runter. Okay, bewegt euch das Kampf, Freunde. Was ist das mit den Matrix hier? Was macht ihr? Stopp! Komm, komm, komm. Runter, runter. Runter, runter. Ja, warte, bleib mal schön da. Da? Ja. Nein! Was soll das denn? Weißt du, was die machen? Die stehen da so und dann so... Ja, René, die hätten eine zweite Runde. Die erste Runde war cool, aber ihr habt jetzt verstanden. Rene, komm, hier. Okay. Okay, seid ihr bereit? Ja! Oh, sorry, ich hab ja schon genug. Ja, wir sind bereit. Okay, los geht's. Stopp! Haha! Papa Johnny! Grüß Gott! Papa Johnny! Papa Johnny! Papa Johnny! Papa Johnny! Papa Johnny! Rene, es tut ja gut. Papa Johnny ist dran! Ja, tu es, René, tu es! Tu es! Tu es! Ja! Habe ich mich getroffen? Nein! Nein! Da ist der Boden! Ja, da, da, da! Weiter nach unten! Warum redest du eigentlich die ganze Zeit? Weiter nach unten! Hast du dich irgendwo versteckt? Weiter nach unten! Ja, tu es! Ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ah, Donny! Rene, weißt du, wie es war? Wir haben uns alle versucht hinter Donny zu verstecken. Tut mir leid, Donny! Warum hast du über die ganze Zeit geredet, ey? Wirklich! Ein größer Ratten-Move eigentlich auch die ganze Zeit! Die ganze Zeit! Aber ich muss sagen, hat mir eigentlich geholfen. Leute gerne weiter in mir Tipps geben, ne? Ja, okay, okay! Okay, ja, dann lauf mal weiter! Stop! Willst du nicht nochmal rascheln? Wie auch immer das war hier vorne. Ich hab gekaut! Machst du doch nochmal! Hinter dir! Noch weiter hinter dir! War das? Ne, oder? Ja, okay, weiter! Junge, du hast mich fast... Ich hab mir fast das Auge geschossen! Ja, das ist so fast dran! Komisch, dass jetzt keiner was gesagt hat, oder? Ja! So! Zweimal haben wir noch! Stopp! Da hat auf jeden Fall vor mir was geraschelt! Oh Mann! Oh Mann! Wichtig, warum er mich hier entdeckt hat! Er ist auf meinem Schuh gedreht! Und er dreht so! Ja, was geht so? Ich steh hier und er geht hinter mich! Und er hat das lustige ist, er lacht und guckt mich an! Tschüss! Was? Dazu sagen wir nur eins! PP! Ja! Herzlich willkommen hier auf der Couch! Auf der Loser Couch! Ja wirklich! Okay! Finale! Finale! Seid ihr ready? Ja! Dann leg mal los! Okay! Stopp! Ja, dann rasch uns mal ein bisschen! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Das war genau die Mitte! Ja, er geht schon gleich jetzt! Weiter nach unten! Ah! War gut, war gut, war gut! Okay, weiter! Stopp! Okay, ihr seid safe, weiter weit weg! Rasch euch mal! Ja, es wird nicht gefunden auf der Tribüne! Komm! Komm! Derjenige mit der Pfeife soll noch mal pfeifen! Ja, ja! Die Pfeife soll noch mal pfeifen! Oha! Aber denk dran, er kann nicht bewegen! Nach unten oder nach oben! Ja, nach oben geht der schlecht! War das? Nee! Hast du noch einen? Nein! War das? Nein! Mann! Ja! Oha! Klapp! Ey, der rocke echt die Ratte! Ja, wirklich! Ja! 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 Ist er! Okay, weiter geht's! Stopp! Das kann gut werden! So, jetzt wird alles verballert! Ja! Boah, diese Pfeife! Nee, war noch nicht komplett dabei! Soll ich dir deine Munition holen? Ja! Ich hol sie dir! Komm, schieß weiter! Ja, voll zu! Das ist Frank, ne? Kein Bock mehr! Vielleicht willst du dir den Bereich verkleidern! Wir sind einfach gut! Ja, voll! Ich würde sagen, wir verkleidern den Bereich! Ab hier! Ich würde nicht weiter mehr erzählen gehen! Alles klar! Ja! Ja, oder? Hier im Teppich! Ja! Das finde ich gut! Ja, ihr dürft doch auf dem Teppich! Sollen wir das noch auf dem Teppich? Sollen wir das machen? Ja, oder? Nur auf dem Teppich! Nur auf dem Teppich! Das ist ja die Finale! Sollen wir vielleicht von der Coach weg? Nee, wir sind von der Coach weg! Okay, weiter geht's! Okay, weiter geht's! Stopp! Naschelt! Das war die Kamerafrau! Oh! Sorry! Ey, was ist denn das? Was? Komm, aber du! Ja, ich hab jetzt wieder keine Munition! Tja! Ja, komm, ihr habt beide gewonnen! Ja, komm, ihr habt beide gewonnen! Ja, komm, ihr habt beide gewonnen! Komm, wir machen aber nur noch eine Runde! Ja! Das heißt, einer von euch war ich tatsächlich! Wer möchte? Felix oder Razzia? Razzia! Yay! Stopp! Das war ich! Ah! Du hast dein Leben geschossen! Das war Felix! Echt? Ja! Oh mein Gott! Ja, gut! Ja! Es gibt mal nächste Munition hier! Komm, komm, komm! Steinerpia! Komm, komm! Komm, komm! 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 Oh! Oh! Du Sackhoffling! Johnny! Du gemeiner! Johnny war hinter mir! Ich hab wenigstens nie gesagt, ob ich sie noch höher oder weiter nach links muss oder so! Katja! Ja! Was? Gibst du noch einen, Baby Hans? Vorsichtig! Perfekt! Let's go, Katja! Okay! So, komm! Selber Zone, ja, ne? Oder direkt Teppich! Teppich, komm! Teppich? Sag ich mal irgendwie so... Grand Final! Oh, ich beschwack mich so vorweg! Naja, bleib bei Traum! Okay! Ja, komm! Nein! Ja, hast geschafft! Oh mein Gott, Wahnsinn! Boah! Ja, du, nee, also ich war viel besser als du, ne? Ja, ah! Das hab ich jetzt auch gemerkt! Rekordzeit, drei Runden und drei Mal Drehungen! Ja! Nebe Runde! Start! Ich würd' sagen, der heutige Sieger ist definitiv Katja! Was? Nur weil ich hinterher nicht versteckt hab! Ja, Katja hat einmal gewonnen, Katja hat einmal alle gut abgetroffen! Aber ist gut! Freunde, mir hat's Spaß gemacht! Wenn euch das Ganze auch Spaß gemacht hat, wenn ihr das Ganze mit Eva und mit Elli spielen sollen, dann schreibt's in die Kommentare! Ich hab Lust darauf! Felix, wer hat's dir gefallen? Ja! Ja, war lustig! Ja! Ja, war lustig! Ja, war lustig! Kann man machen! Du hast nicht so frei gesprochen! Okay! Freunde, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würd' sagen, wir sehen uns beim... nächsten Mal! Tschau! Tschüss! Tschau! Tschau!